Hallo, liebes Kinopublikum. Ich bin Tom Blaschia und ich spiele im neuen Film von Ken Dukin, Berlin Falling, die Rolle des Andreas. Berlin Falling ist ein spannender Thriller mit vielen überraschenden Wendungen und er läuft exklusiv vom 13. bis 15. Juli überall im Kino. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, jetzt ist es soweit. Berlin Falling läuft exklusiv vom 13. bis 15. Juli im Kino. Geht rein. Berlin Falling